Auf den ersten Blick sieht der hier aus wie ein Raspberry Pi, aber der macht einiges besser und das ohne, dass die Kosten dabei explodieren. Außerdem löst er den größten Nachteil, den ich seit langem an den einen Platin-Computern kritisiere, aber der Reihe nach, das schauen wir uns jetzt alles an. Beginnen wir mit der Leistung. Der erste große Unterschied ist nämlich, dass hier kein ARM-Prozessor, kein System-on-a-Chip von ARM drin steckt, sondern ein Intel N100, das heißt ein aktueller x86-Prozessor. Allerdings ist der N100 eine etwas abgespeckte Version von den Prozessoren der 12. Generation, zum Beispiel nutzt er nur die E-Kerne, also die Effizienzkerne. Die Effizienzkerne sind auf einen geringen Stromverbrauch optimiert, haben dafür weniger Leistung. Bei den P-Kernen für Performance ist es genau andersrum und diese Performance-Kerne, die fehlen hier, das heißt wir haben hier die etwas schwächere Hardware. Das dürft ihr nicht verwundern, denn der Prozessor ist optimiert auf einen günstigen Preis, also wenig Abwärme produzieren, also ist hier eher so die Einstiegsklasse von dieser Generation. Das soll nicht heißen, dass der Prozessor nichts taugt, im Gegenteil, wenn wir uns hier mal den Benchmark angucken, da schafft er hier im Multitrading über 5.500 Punkte, das ist schon ein solides Ergebnis. Der BCM2712, der im neuen Raspberry Pi 5 steckt, habe ich schon mal in einem eigenen Video vorgestellt, der hat über 3.200 Punkte, das heißt im Vergleich damit hat er hier schon ein gutes Plus an mehr Leistung. Den X4 im Vergleich zum Raspberry Pi 5, der dürfte nochmal ein spürbares Stück schneller sein. Natürlich geht es bei einer Prozessorarchitektur nicht nur um die Leistung. Der größte Vorteil von ARM ist die Optimierung auf einen geringen Energiebedarf, vor allem im Leerlauf. Hier sind sie etwas sparsamer als Intel und Co. Das Softwareangebot hat VRM zwar stark zugenommen, trotzdem gibt es noch längst nicht alle Programme auch für die ARM-Plattform. Gerade kommerzielle, proprietäre Software, da wird man mit x86 besser fahren, wenn man das einsetzen möchte oder muss. Ein wichtiger Punkt ist die Genatisierung. Bei x86-Systemen abstrahiert ein BIOS oder UEFI die Hardware, wodurch wir mit diesem Standard generische Betriebssystem-Abbilder verwenden können. Weder GNU-Linux noch Windows oder andere Betriebssysteme müssen schließlich für jeden PC angepasst werden. Bei ARM konnte sich das bislang leider nicht durchsetzen. Dort muss im Regelfall für jedes Betriebssystem und jedes Modell von einem Platin-Computer ein eigenes Abbild erstellt und gepflegt werden. Also ein riesiger Aufwand und ein Chaos, weil man dementsprechend dann auch nicht alle Betriebssysteme nutzen kann, sondern bloß die, wo eben jemand sich die Mühe gemacht hat, das zu portieren. Das Kernproblem mit den daraus entstehenden Nachteilen haben wir auch bei Smartphones. Da muss dann jeder Hersteller jedes Smartphone-Modell pflegen, was sie meistens aus Kostengründen nicht tun. Darum hat man veraltete Geräte, die nicht lange laufen oder nicht so lange laufen, wie sie könnten. Das hat hier eine EU-Verordnung gebraucht, bis dort endlich das Ganze einigermaßen in den Griff kommt. Beim X4 haben wir dieses Chaos endlich nicht mehr. Da könnt ihr jetzt jedes Betriebssystem für x86 auf Windows, Linux, Unix, was auch immer, FreeBSD runterladen, dort installieren, ohne dass ihr da abhängig seid vom Hersteller. Das ist ja immer so der große Pferdefuß bei den ARM-Systemen. Da habe ich auch bei Alternativen immer gewarnt, ihr macht euch sehr abhängig vom Hersteller. Wenn der irgendwann das Ganze nicht mehr gescheit pflegt, dann habt ihr im schlimmsten Falle teuren Elektroschrott. Der X4 ist aber noch in einigen weiteren Punkten besser als der Raspberry Pi 5, zum Beispiel hier bei den Verbindungen. Da habt ihr einmal WLAN 5 und Bluetooth 5 oder sogar WLAN 6 mit Bluetooth 5.2. Das hängt immer an der Ausstattung. Das hier ist die kleinste Variante mit 4 GB Arbeitsspeicher. Ab 8 GB bekommt man dann hier dementsprechend die neueren Standards. Gegen Aufpreis kann man den auch mit einem EMC-Speicher kaufen, entweder mit 32 oder 64 GB Kapazität. Flexibler und wohl auch interessanter dürfte der M2-Slot sein. Da könnt ihr eine M2-SSD dort einbauen, Formatfaktor 2230, also die ganz klein. Und die ist sogar mit 4 PCI 3.0 Lanes angebunden, also ein gutes Stück schneller wie beim Raspberry Pi 5. Daher wird die auch hier eine bessere Performance bieten. Außerdem ist im Gegensatz zum Pi kein extra Head notwendig, da eben kein PCI Express verbaut ist, das dann noch ein Head braucht, sondern eben direkt die Schnittstelle. Das hat Vor- und Nachteile. Für diejenigen, die nur eine SSD nutzen möchten und keine andere Hardware über diesen Slot, da ist das von Vorteil. Auch die Netzwerk-Schnittstelle hat ein Upgrade bekommen. 2,5 GB pro Sekunde sind möglich, also 2,5 mal so viel wie beim Raspberry Pi. Vorausgesetzt, euer Netzwerk unterstützt das Ganze. Die Preise sinken aber zunehmend, daher wird das interessanter. Für manche vielleicht auch wichtig ist, dass es hier noch eine 3,5 zur Klinkenbuchse gibt. Die ist hier ab dem Raspberry Pi 5, dem Rotstift, zum Opfer gefallen. Im Vergleich zum Pi habt ihr hier einen USB 3.0 Anschluss mehr, also 3 statt 2. Wer ihn als Desktop oder am Fernsehen nutzen möchte, der hat hier zwei Micro HDMI-Anschlüsse mit bis zu 4K-Auflösung. Nicht verzichten muss man dagegen auf den vom Raspberry Pi bekannten 40-Pin GPIO-Header. Dort habt ihr mehrere Schnittstellen, die auch der Pi hat, wie zum Beispiel SPI, UART, I2C, PWM und natürlich GPIO. Zusammen mit der Leistung stärkt ja meistens auch die Abwärme. Beim Raspberry Pi 5 gibt es daher einen offiziellen Kühler mit Lüfter, weil er eben schon mit Last leicht zu heiß wird, als dass man ihn nicht mehr komplett ohne Kühler betreiben kann. Das gilt hier umso mehr, weil wir einen Intel-Prozessor haben, der tendenziell eher für eine höhere Abwärme bekannt ist. Der hat jetzt eine TDP, also Thermal Design Power von 6 Watt. Als Zubehör gibt es hier daher einen Kühler mit Lüfter, ähnlich wie bei SPI. Der sieht aus wie so ein kleines Gehäuse, ist ein Stück weit auch, aber eben offen, wie man hier sehen kann, allerdings auf der Oberseite, also der steht jetzt auf dem Kopf, weil eben der Intel-Prozessor auf der Unterseite verbaut ist, statt oben wie bei SPI. Das kompakte Format erkauft man sich leider mit einem entscheidenden Nachteil. Abgesehen vom SSD-Speicher ist der X4 genauso wenig erweiterbar, wie andere einem Platinencomputer im Regelfall. Modularität und Flexibilität, das sind die großen Vorteile von X86-Hardware, die gibt man hier auf. Je nach Einsatzzweck mag das vernachlässigbar sein, sollte man aber im Hinterkopf behalten. Besonders macht den X4 seinen Preis mit 4 GB Arbeitsspeicher, also ca. 68 Euro, mit 8 GB 89 Euro Kosten. Das heißt, er ist in einem ähnlichen Preisbereich wie der Raspberry Pi und das mit Hardware, die an einigen Stellen sogar besser ist. Leider bekommt man ihn derzeit noch nicht hier bei uns in Deutschland oder in Europa, sondern nur im Ausland und selbst dort ist er überall ausverkauft. Das wird sich wahrscheinlich demnächst legen, aber wer da jetzt akut einen braucht, der muss was anderes nehmen oder sich in Geduld üben. Die Kombination, die ist hier besonders spannend, es gibt nicht viele X86-Alternativen, die sind meistens deutlich teurer, außerdem fehlen dann gerne mal die GPIO-Ports. Außerdem verspricht der X4 endlich Abhilfe bei den mangelnden Standards, die sich leider durchgesetzt haben und die für ein großes Chaos mit den Images sorgen. Die Abhängigkeit reduziert sich dadurch und die Lebensdauer, die steigt. Für diese Nische finde ich ihn interessant und hoffe, dass die Konkurrenz sich da ein Beispiel nimmt. An der Seite findet ihr noch weitere Alternativen zum Raspberry Pi. Was denkt ihr zum X4? Schreibt es gerne auf youlabs.de ins Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.